Vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Bücher sind irgendwann überall, die saßen sogar im Tee und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich habe so einen richtigen Kampf mit den scheiß Büchern angefangen, ja? Und es waren eigentlich keine mehr da und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee nach Aung. Da saß also ein Monstrum von Mane, die war so lang. Good boy, Robi, oh? Good boy! Ich soll aufhören? Ich soll aufhören? Ja, korrekt. Just thinking. Bad one. Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. Shut up's housewarming. See you next week. Bye-bye.